Ja, ich bin Simone Lange. Es wäre mir eine besondere Ehre, Oberbürgermeisterin hier in Flensburg zu sein. Ich finde, es ist einfach ein ganz besonderes Amt für Flensburg und es ist das Amt, wo man die Stadt als Ganzes gestalten kann. Ich möchte auf die Menschen zugehen und sie weiterhin aufsuchen und besuchen und ich habe einfach unheimlich viel Spaß daran, Menschen kennenzulernen. In Flensburg leben mehr als 130 verschiedene Nationen. Ganz selbstverständlich, schon seit vielen Jahrzehnten. Ob es Touristen sind, Zugezogene, sie werden hier alle mit offenen Armen empfangen und das zeichnet die Menschen in Flensburg aus. Meine Wünsche sind, dass wir bundesweit bekannt sind, dass wenn die Menschen Flensburg hören, einfach genau wissen, was es hier gibt. Die schönste Förder der Welt, die offensten Menschen der Welt, dass wir hier Wirtschaftsstandort sind. Ein starker Wirtschaftsstandort mit ganz viel Anziehungskraft. Es liegt ja an uns, was die Menschen über Flensburg denken. Noch mehr miteinander. Integration durch Sport, Integration durch Sprache, durch Kultur, durch Musik und das alles zu befördern, liegt mir am Herzen. Familien als Ganzes stärken, vom Kind bis zur Großmutter. Wir in Flensburg haben so unheimlich viele Perlen, Schätze, die wir einfach viel stärker auch zeigen sollten. Einfach kreativ sein. Wir sind eine Stadt mit 10.000 Studierenden, mit neuen Ideen, innovativen Ideen, sollen sie sich hier ansiedeln und sollen Dinge auch ausprobieren können. Flensburg ist für mich Heimat, Wohlfühlzone, Arbeitsplatz, einfach alles zusammen und Flensburg ist mir eine Herzensangelegenheit.